Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg von Jogler66. Ich habe ja, wie einige von euch vielleicht wissen, die des Englischen mächtig sind und meinen Kanal auch in den englischen Uploads verfolgen, in den letzten Monaten ein Buch gelesen im Englisch, das heißt Rulers of Evil, auf Deutsch übersetzt würde man das Herrscher des Bösen nennen, von daher der Name dieses Videos, von F. Tapasorsi, das er 1996 geschrieben hat, während einer 10-jährigen Verfolgung, wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat. Das hat mit sogenannter Steuerhinterziehung zu tun. Er wurde deswegen dann auch verurteilt, ist in den Knast gegangen. Naja, und Leute, die dieses System verurteilt, da wissen wir ja, da steckt mehr Wahrheit drin, als in den Leuten, die in dem System arbeiten, ne? Okay. Rulers of Evil auf jeden Fall war eine fantastische Erfahrung für mich zu lesen, weil es eine ganze Menge bestätigt hat, die ich auf anderer Seite mit Untersuchungen, die ich die letzten Jahre angestellt hatte, zur neuen Weltordnung, zum Vatikan und zu den Jesuiten bereits wusste. Aber er hat das sehr, sehr treffend zusammengefasst und auch sehr interessante Quellen dabei genannt. Und das Buch hat mich, ich weiß nicht, acht Monate oder sowas insgesamt beschäftigt. Und das besteht aus 25 Kapiteln. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche das letzte Kapitel dazu hochgeladen. Kapitel 25, das den Namen hatte, die zwei Ministerien. The two ministries. Und ich hatte dann gedacht, dass ich im Nachzug dieses Buchlesens auf Englisch ein Epilog machen würde. Also eine, ja, vielleicht irgendwie eine Zusammenfassung, so was ich jetzt aus diesem Buch gelernt habe oder worum das Buch geht, dass ich so aus den einzelnen Kapiteln interessante kleine Dinge rausnehme und die dann mal auf Englisch bringe, um eine Zusammenfassung des ganzen Buches nochmal zu haben. Um interessierten Leuten eben auch die Möglichkeit zu geben, um in einer kürzeren Version vielleicht mal das Buch kennenzulernen und sie daher anzusetzen, das Buch zu lesen oder meine Lesung auf YouTube zu folgen. Nun wurde ich letztens von einem Bruder in Deutschland angesprochen mit dem Namen Andreas auf einem meiner Videos. Der meinte, ob es denn nicht vielleicht auch andere Bücher gäbe als das von Babylon nach Rom, was ich im Augenblick ja im Deutschen lese, wie ihr vielleicht wisst, die ich ihm anbefehlen könnte. Und vielleicht sogar meinte er eine deutsche Übersetzung von eben Rulers of Evil. Da habe ich gesagt, also eine deutsche Übersetzung von Rulers of Evil gibt es nicht. Genauso wenig, wie es andere Leute gibt, die das Buch Rulers of Evil auf irgendeine Art und Weise im Internet lesen oder interpretieren, analysieren, wie ich das im Grunde gemacht habe mit meiner Lesung. Und irgendwie sind wir drauf gekommen, im Austausch von Kommentaren auf meinem Video und dann später über E-Mail-Austausch, dass er sich dazu bereit erklärt hatte, zu sagen von, ja, wenn du da so eine Zusammenfassung machst, dann übersetze ich das oder helfe ich dir gerne mit der Übersetzung das ins Deutsche zu machen. Und ja, so einen Vorschlag fand ich dann sehr angenehm, weil ich kann zwar auch übersetzen, aber im Großen und Ganzen ist mein Verständnis im Englischen so, dass ich die Dinge eben leichter verstehe, als dass ich es einfach ins Deutsche übersetzen kann. Und er hat anscheinend ein super Verständnis dafür, um die Sachen wirklich aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Hat sich dazu bereit erklärt und hat mir die letzten Tage die ersten zwölf Kapitel davon, die ich ihm geschickt hatte, was ich da von den Auszügen gebraucht hatte, hatte er mir ins Deutsche übersetzt. Und deswegen mache ich jetzt heute dieses Video, um einen Teil dieser ersten zwölf Kapitel euch mal vorzustellen und auf diese Art und Weise natürlich all denjenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, zu versuchen, dieses Buch dichter beizubringen, dass sie sagen von, ey, dann können wir uns ja mal die Lesung von Jörg anhören, können uns gleichzeitig das Buch im Internet runterladen und wenn wir das Buch dann runtergeladen haben, dann können wir zusammen mit ihm das lesen und sehen, ob seine Analyse dieses Buches auch wirklich richtig ist und überhaupt, ob dieses Buch überhaupt wichtig ist. Wobei ich persönlich hierzu anmerken muss, dass Rulers of Evil eins der wichtigsten Bücher ist, das ich in meinem Leben bis jetzt gelesen habe. An erster Stelle steht natürlich die Bibel, ganz zweifellos. Das ist das wichtigste Buch, das man sich überhaupt vorstellen kann zu lesen. An zweiter Stelle habe ich immer gesagt, was das Englische angeht, finde ich Romanism and the Reformation, also Romanismus und die Reformation von Henry Grant und Guinness, das 1887 geschrieben wurde. Und ich glaube, wenn man die Bibel kennt und Romanism and the Reformation kennt, dass dann Rulers of Evil eine perfekte Anfüllung dazu ist, um auch zu verstehen, wie es heute ist. Weil Rulers of Evil ist halt Ende des 20. Jahrhunderts geschrieben und gegen 2001, glaube ich, auf großer Schale veröffentlicht worden. Und Rulers of Evil ist von 1887 und die Bibel wurde ja abgeschlossen vor knapp 2000 Jahren. Also von daher eine interessante Sache. Vor allen Dingen bei Rulers of Evil geht es ja nicht nur darum, anzukündigen, wie heute die Sachen regiert werden, vor allen Dingen aber auch die Wurzeln zu benennen. Also es geht um die ganze Geschichte der Tempelritter und die Wiederbelebung der Tempelritter durch die sogenannte Gesellschaft Jesu. Und Tapas Horsi geht da also sehr intensiv drauf ein in seinem Buch. Und ich fand das halt so interessant, dass ich gesagt habe, gut, ich mache jetzt von jedem Kapitel ein paar Auszüge und werde diese Auszüge dann vorlesen in Englisch. Und Andreas war so freundlich, das ins Deutsche zu übersetzen und das möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen. Da fangen wir an mit dem Titel. Rulers of Evil heißt ja Herrscher des Bösen, wenn man es übersetzt. Und ich fange an mit einem Zitat, das man auf Seite 85 des Buches nachlesen kann, am Anfang von Kapitel 11. Und das Kapitel 11 heißt The 13 Articles Concerning Military Art oder mit anderen Worten die 13 Abschnitte über die militärischen Künste. Das Zitat lautet wie folgt. Vor der amerikanischen Revolution waren Katholiken in sämtlichen britischen Kolonien und auch in England selber, also in Großbritannien, von den Wahlen ausgeschlossen und konnten auch keine öffentlichen Ämter bekleiden. Zitat Ende. Nicht nur das, sie durften sogar ihre Messe nicht auf öffentlichem Boden abhalten. Also es gab keine katholischen Kirchen, in denen man öffentlich Messe hätte halten dürfen. Das war damals gesetzmäßig im protestantischen England verboten. Das geht eben um die Zeit vor der amerikanischen Revolution. Und wenn wir jetzt das Buch Rulers of Evil uns anschauen und durchlesen, dann merken wir, dass im Grunde die ganze amerikanische Revolution und das Gründen des Nationalstaates, des Vereinigten Staaten von Amerika, wie wir ihn heute kennen, nichts anderes ist, als ein weiterer Zug der Gesellschaft Jesu oder der Jesuiten, um den Protestantismus zurückzudringen. Und das ist ja das, was sie geschworen haben. Und im Grunde, und das ist ein Zitat, das auch später in dem Buch vorkommt, muss ich mal sehen, ob ich das jetzt hier auch im Deutsch mit rausgesucht hatte, das dafür sorgt, dass tatsächlich die Regierung, also nicht das Land, nicht die Leute, sondern die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an katholisch war oder katholisch unterwandert war. Und dafür lesen wir jetzt die Geschichte und machen uns bekannt mit der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Nun könnt ihr sagen, ja, ich lebe in Deutschland, was interessiert mich Amerika? Ja, ich habe schon in dem letzten Upload von Hour of the Truth, wo ich mit Tom gesprochen hatte über seine Arbeit in Rome und Civil Liberty von James Atkin Whitey, hatten wir kurz angeführt, dass es eine Aussage gibt, die 1903 in der Chicago Tribune veröffentlicht wurde, von einem Kardinal, der damals gesagt hat, wenn Amerika die Welt beherrscht, dann beherrscht die römisch-katholische Kirche die Welt. Und wenn man sich das jetzt als Basis nimmt, was der 1903 gesagt hat, und wir lesen das erste Kapitel von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, das heißt Subliminal Rome, das im Untergrund wirkende Rom, dann werden diese Dinge deutlich, wie sie innerhalb von 1903 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts genau das 100% auch durchgezogen haben. Also werde ich jetzt mal anfangen, vom Kapitel 1 ein paar Dinge vorzulesen aus diesem Buch Rulers of Evil. Und ich mische natürlich das, was ich an Auszügen rausgenommen habe, auch mit meinen eigenen Kommentaren damit bei. Ich werde nicht jedes Mal sagen, von das kommt aus dem Buch, das ist mein Kommentar. Das könnt ihr ja auch sehen, wenn ihr das selbst lest, wenn ihr das verfolgt. Und ich mache halt eine Buchbesprechung, jetzt in Deutsch, um eben meinen deutschen Brüdern und Schwestern nahe zu bringen, wer wirklich in dieser Welt regiert. Die Ausschüsse und Unterausschüsse des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika und die Abgeordneten für Wirtschaft, Kommunikation, Telekommunikation, Ernährung, Verteidigung, Bankenregulierung, Energie, Gesundheit usw. Die gesamte Aufzählung umfasst mehr als 50 verschiedene Bereiche. Mit anderen Worten, nahezu jeder Aspekt des säkularen Lebens in Amerika war in die Hände von Katholiken gefallen, die in ihrem jeweiligen Fachbereich den Vorsitz hatten. Nun folgt in dem Buch selber eine Aufzählung von 28 Personen, die unter anderem die verschiedenen Bereiche unter ihren Fittichen hatten. Wobei das Wichtige hierbei ist, man bedenke, das ist von dem Almanac von 1992, da sind zwei Personen drauf, die ihr wahrscheinlich heute auch noch gut kennt. Die eine Person ist Joe Biden oder Joseph Biden, der heutige amerikanische Vizepräsident unter der Puppe, wie ich ihn immer nenne, die Marionette Obama. Joe Biden wurde unter anderem in Fort Ham University, das ist eine hochstehende oder hoch angerechnete Jesuitenuniversität in den Vereinigten Staaten ausgebildet. Und der zweite war John Kerry. Und den kennt ihr natürlich noch von der Zeit, wo es George W. Bush als amerikanischen Präsidenten gab, der in 2004, als Bush zur Wiederwahl antrat, der demokratische Gegenkandidat war. Und wenn man sich da ein wenig mit beschäftigt, dann weiß man aus der Zeit, dass es im Grunde total egal war, ob Bush wiedergewählt wird oder ob John Kerry gewählt wird. Und warum war das egal? Das ist natürlich eine interessante Sache, das nicht viele Menschen wissen. Beide, sowohl George W. Bush als auch John Kerry, sind Mitglieder der Geheimorganisation Skull & Bones von der Yale-Universität, das natürlich eine jesuitische Universität ist. Von daher war es in 2004 egal, ob der eine oder der andere gewinnt. Es hätte in jedem Fall einer von der Geheimorganisation der Skull & Bones, also Schädel und Knochen, Geheimorganisation aus Yale, an der Regierungsspitze gestanden. Nun, eine Aktualisierung dieser Aufzählung, was die 28 Personen folgt, die ich hier jetzt auch nicht mache, das könnt ihr gerne in dem Buch nachlesen, werde alles aufgezählt wird, spiegelt nicht den gewaltigen Wandel wider, der hinsichtlich der Anzahl von Katholiken in höheren Positionen in der US-amerikanischen Legislative stattgefunden hat. Laut der Association of Jesuit Colleges and Universities, also der Vereinigung von jesuitischen Colleges und Universitäten, waren 40 jesuitische Absolventen aus 17 verschiedenen jesuitischen Einrichtungen Mitglieder des 106. Kongresses der Vereinigten Staaten. Und das betrifft den Kongress zwischen Januar 1999 und Januar 2001. Fünf dieser Absolventen waren Mitglieder des Senats und die übrigen 35 Absolventen Mitglieder des Repräsentantenhauses. Von den insgesamt 40 erhielten 23 einen akademischen Grad oder einen Berufsabschluss von einer jesuitischen Universität. Die Universität von Georgetown hatte in diesem Zusammenhang die größte Zahl an Absolventen hervorgebracht. 15 Mitglieder des 106. Kongresses der Vereinigten Staaten erhielten ihre Abschlüsse von der Georgetown Universität. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Buch wird noch darauf eingegangen, woher die Georgetown Universität kam, wer sie errichtete und in einem zukünftigen meiner Videos werde ich die Menschen vorstellen, die mit der Universität verbunden sind oder waren. Nur so viel hier schon einmal. Aus Georgetown, also in Washington DC gelegene Universität, Jesuiten-Universität, durch einen Jesuiten gegründet, kommen wir später drauf, kommen viele, viele Hollywood-Schauspieler und auch sogenannte hochkarätige Politiker. Präsident William Jefferson Clinton aus den 90er Jahren, den erinnert ihr euch sicher noch, alleine schon wegen Monika Lewinsky, nehme ich an, ist ein Absolvent der Georgetown-Universität und der Vorsitzende des US-Handelsministeriums, William M. Daly, ist ein Absolvent der Loyola-Universität von Chicago. Nun, wenn eine Universität sich Loyola-Universität nennt, dann ist es wohl, glaube ich, überflüssig zu erwähnen, dass es sich um eine Jesuiten-Universität handelt, benannt nach Ignatius Loyola, dem Gründer der Jesuiten 1534. Es handelt sich hier also bei beiden um Jesuiten-Universitäten, von denen es in den USA zur Zeit, das ist 2016 der Stand, 28 gibt. Sie sind zusammengefasst in der AJCU, also Association of Jesuit Colleges and Universities, die ich bereits erwähnte. Der Mentor von Clinton in Georgetown University war übrigens Professor Quigley, den Clinton auch besonders erwähnte bei seiner Einweihungszeremonie als US-Präsident. Und dieser Quigley ist der Autor des Buches Tragedy and Hope, im Deutschen Tragödie und Hoffnung. Interessierten kann ich nur anraten, sich mal mit dem Buch zu beschäftigen. 1363 Seiten ist das Buch schwer. Nun, Tapasorsi fährt jetzt mal fort in dem ersten Kapitel. Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil verfasste Constitution of the Church, also die Verfassung der Kirche von 1964, die also geschrieben wurde, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, das stattfand zwischen 1962 und 1965 als Basis der ökomenischen Bewegung, fordert von Politikern, ihre säkularen Ämter zu nutzen, um die Anliegen der römisch-katholischen Kirche voranzutreiben. Ist die römisch-katholische Kirche nun eine geistliche, oder ist sie eine weltliche Organisation? Oder ist sie vielleicht beides, der eine Aspekt, also der politische, unter dem anderen, dem spirituellen, verborgen, dem Geistlichen? Ist vielleicht die politische Aspiration des Vatikan nur unter der geistlichen Aspiration verborgen? Je weiter wir in diesem Buch fortgehen, werdet ihr lernen, dass das sicher der Fall ist. So, und wie das manchmal so ist, wenn man so eine Aufnahme macht und sich auf was vorbereitet, da kann man auch mal was vergessen. Und ich habe sogar etwas ganz Essentielles vergessen. Deswegen mache ich hier einen kleinen Nachtrag und werde das noch zusätzlich reinschneiden. Also die Bilder sind ja vielleicht nicht ganz so schön im Ablauf von, aber das spielt keine Rolle. Das, was ich jetzt sage, ist auf jeden Fall im Englischen fast eines der wichtigsten Sachen, die ich gesagt habe, als ich das Buch vorgelesen habe. Das habe ich im Deutschen glatt vergessen. Hört mal. Im Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965 wurde die Vatikanische Doktrin, die zurückgeht auf Papst Bonifaz VIII. von 1302 bestätigt. Und diese besagt, dass es, Zitat, Absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur sei, ein Subjekt des römischen Papstes zu sein. Zitat Ende. Wer dieses Zitat nachlesen will, der kann sich das gerne antun. Das ist in der Bulle Unam Sanctam. Und das findet man überall im Internet und in der jeder katholischen Enzyklopädie. Also das ist nicht irgendwie, wo ich das jetzt mal irgendwo sage. Das steht tatsächlich so geschrieben. Es ist absolut notwendig, für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur ein Subjekt des römischen Papstes zu sein. Dies fährt der Autor fort, und das hatte ich halt vergessen, war die Inspiration für das Papsttum, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu kreieren. Da spreche ich ja später auch nochmal von, aber hier kriegen wir ein bisschen eher den Brunnen schon mal vorgeschüsselt. Was sich in 1776 dann auch manifestierte, durch einen Prozess, der genauso geheim gehalten wurde, wie die Heilige Allianz, die der Papst mit Ronald Reagan zur Abschaffung des Kommunismus in 1989 in Europa schloss. Was? Die amerikanische Regierung war römisch-katholisch von Anfang an? Wurde uns dann nicht überall auf der Welt in allen Geschichtsbüchern gelehrt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ein protestantisches Land sind? Wurde uns dann nicht überall gelehrt, dass die Leute, die Amerika gegründet haben, die sogenannten Founding Fathers, die Gründungsväter, dass das alles Protestanten waren? Thomas Jefferson, Paine, George Washington, nennen sie mal alle auf. Und dass George Washington kein kein Protestant ist, da gehe ich auch später noch mal drauf ein. Und außerdem seht ihr das auch in den Bildern, die ich hier reingemacht habe, wo er den Grundstein legt. Das kommt auch gleich noch in der Original, kommt das vor, dass George Washington eben kein Protestant war. Das wird auch später im Buch noch erwähnt. Aber die amerikanische Regierung war von Anfang an römisch-katholisch? Das ist doch eine Sache, die uns so in keinem einzigen Geschichtsbuch gelehrt wird. Überall wird uns gelehrt, die Vereinigten Staaten von Amerika wurden als ein protestantisches Land gegründet. Und wie der damalige General der Jesuiten, Lorenzo Ricci, es geschafft hat, die ganze Welt, um es mal klar und deutlich zu sagen, zu betrügen damit, mit dieser Gründung der Vereinigten Staaten als sogenanntes protestantisches Land. Darum gehen nachher noch eine ganze Menge Kapitel in diesem Buch. Und deswegen ist es zur Einleitung absolut notwendig, dass man das versteht. Und versteht mich bitte richtig. Ich habe gesagt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an römisch-katholisch war. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen in dem Land römisch-katholisch waren. Weil zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung lebten ungefähr 25 Millionen Menschen. Waren das zweieinhalb Millionen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kriege jetzt die Zahlen gar nicht mehr so genau zusammen. Auf jeden Fall, und da gibt es genügend Quellen, die man dafür anschneiden kann, waren zu der Zeit weniger als ein Prozent der gesamten Bürger der Kolonien, das waren es ja damals noch, weniger als ein Prozent der Kolonien waren römisch-katholisch. Der Rest war protestantisch. Und dann wird dieses Land gegründet mit einer römisch-katholischen Regierung von Anfang an. Unter anderem durch die verborgenen, nicht bekannt gemachten Gründungsväter, von denen niemals einer spricht und die in diesem Buch auch sehr deutlich besprochen werden später, nämlich Daniel, Charles und John Carroll. Von der Calvert-Familie, die aus Irland rüberkam und die alteingesessene, Söldner-Familien im Grunde sind. Und alle drei waren sie übrigens jesuitisch ausgebildet. Da kommen wir dann später im Buch noch zu. Aber diesen Nachtrag musste ich mal eben bringen und jetzt gehen wir dann eben weiter mit meiner Originallesung, dass man über den District of Columbia und da mache ich das dann jetzt weiter. Also, Entschuldigung für diesen Nachtrag hier mit drin, aber das musste halt gesagt werden. Was? Die amerikanische Regierung war römisch-katholisch von Anfang an? Genau. Genau. Und diese heilige Allianz, die ich gerade erwähnt hatte, Ronald Reagan und der Papst, erschien erstmals ans Titelblatt auf der Zeitschrift Time in 1992, also als die Geschichte bereits ihren Lauf genommen hatte. Und deswegen ist es doch wichtig, das eben zu erwähnen. Also, jetzt weiter in der Originalaufnahme. Der Autor fährt fort im Kapitel 1 immer noch. Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass der Ort, der heute District of Columbia genannt wird, also wenn ihr das im Fernsehen immer hört, Washington DC, DC steht für District of Columbia und ist ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika, der nicht unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Da könnte man jetzt unglaublich lange abweichen. Es gibt ja diese drei Städte in der Welt, die im Grunde die Welt regieren. Man spricht vom Vatikan, City of London, dem Kern der Stadt von London, die Square Mile, wie man das auch nennt, die Quadratmeile im Zentrum von der Stadt London und Washington DC. Also, man sollte zur Kenntnis nehmen, dass der Ort, der heute District of Columbia genannt wird, im Grundbuch von 1663 den Namen Rom trug. Und der Arm des Flusses Potomac, wie er heute heißt, der dieses Rom an der Südseite begrenzte, wurde Tiber genannt. Also, hier haben wir deutlich eine Verweisung in der neu gegründeten sogenannten Neuen Welt, Vereinigten Staaten von Amerika, die damals noch Kolonien waren, 1663, dass man den Ort, der ursprünglich dort Rom hieß und den Fluss, der Rom durchzog, Tiber genannt wurde, benannt wurde, nach dem, wo Amerika im Grunde, was seine Gründung anbetrifft, herkommt, nämlich das Rom aus Italien, das wir kennen, vom Römischen Reich. Und das ist natürlich auch schon mal ein erster Hinweis darauf, wenn wir davon sprechen, von dem Spiegelbild des Biestes, wie wir es in Offenbarung 13 auch lesen können. Ich werde jetzt hier aber nicht weiter auf diese zwei Tiere der Offenbarung 13 eingehen, das ist eigentlich mal ein Video für sich selber. Also, da nehme ich jetzt auch mal an, dass ihr selbst natürlich ein bisschen in Belesen seid und das selbst ein bisschen kennt. Aber es ist doch schon interessant, dass was wir heute Washington D.C. nennen, ursprünglich Rom hieß und dass der Fluss Potomac, den wir heute kennen, damals noch Tiber hieß. Nun, Tapasorsi fährt fort. Im Jahre 1790 ernannte Präsident George Washington, der kein Protestant war, das will ich hier nochmal deutlich zufügen und das sehen wir auch später in einem späteren Kapitel des Buches Rulers of Evil. Ich glaube, das ist Kapitel 22 oder 23 The Sky of the Great Dome, wo es geht um die Apotheosis und die Vergöttlichung George Washingtons im Kapitol, was jeder sich anschauen kann. Da gibt es Bilder von und das kann ich ja hier mal ins Video einfügen, da werdet ihr das sehen. Also, George Washington war sicherlich kein Protestant, gehen wir später nochmal vielleicht tiefer drauf ein. Und der hatte 1790 den Abgeordneten namens Daniel Carroll zum Leiter einer dreiköpfigen Kommission, um Land für die Hauptstadt auszuwählen gemacht, die von der Verfassung gefordert wurde. Von allen denkbaren Orten wählte die Kommission Rom aus, das derzeit aus vier Farmen bestand, von denen eine Daniel Carroll gehörte. Die Farm von Carroll wurde von der neuen Regierung ausgewählt, um das Bedeutendste ihrer Gebäude zu errichten, das Kapitol. Zum Kapitol könnte ich ein eigenes Video machen, ein Tempel von Jupiter. Aber viel interessanter ist, dass ich euch kurz erkläre, wer dieser Daniel Carroll war. Nun, mehr Informationen zu den Carrolls. Es gab deren drei, Daniel, Charles und John. Daniel und John waren Brüder, Charles war ihr Cousin. Könnt ihr auch im ersten Kapitel des Buches The Global Vatican nachlesen. Tom Fress von Inquisition Update hat das komplette Buch The Global Vatican letztes Jahr auf First Amendment Radio gelesen und ich habe auch ein englischsprachiges, über zwei Stunden dauerndes Video dazu gemacht, in dem ich das komplette erste Kapitel zusammen mit Bruder Brett Norman gelesen und besprochen habe. Wenn ihr euch das anschauen wollt, findet ihr dies in der Abspielliste Hour of the Truth. Tapasorsi fährt fort. Das Emblem des Faschismus, genauer gesagt zwei davon, zieren die Wand über und hinter der Rednerbüde des Repräsentantenhauses. Sie werden Faschia genannt und ich kann mir keinen anderen Grund dafür vorstellen, sagt Tapasorsi, dass diese sich dort befinden, als dass sie die faschistische Natur der amerikanisch-republikanischen Demokratie bezeugen sollen. Autor Tapasorsi selbst sagt in einem Interview, welches er 2006 Greg Anthony oder damals hieß er noch Anthony Greg Szymanski gegeben hat, dass sie zwischen 1945 und 1946 dort angebracht wurden im Repräsentantenhaus. Das Video zu diesem Interview findet ihr in der Beschreibungsbox der Videos von Rulers of Evil. Ich werde auch mal sehen, ob ich das hiermit rein verlinke. Die Vereinigten Staaten, muss man sich mal vorstellen, hatten gerade den Faschismus in Europa besiegt. Die hatten ja wohl geholfen, das Dritte Reich von Hitler, das faschistische Regime hier zu überwerfen. Sie hatten also gerade den Faschismus in Europa besiegt und schmückten sich nun selber mit diesen faschistischen Symbolen. Warum? Fällt euch dazu eine andere Antwort ein, als dass sie selber den Faschismus übernommen haben und sich unter dem Mantel der Demokratie mit einer faschistischen Regierung vielleicht verstecken? Wie gesagt, man könnte über jedes dieser Kapitel von Tapasorsi, das ich hier jetzt vorgelesen habe, das erste Kapitel gerade nochmal, man könnte über jedes Kapitel, glaube ich, absonderlich stundenlang diskutieren und vor allen Dingen diskutieren auf wirklich geschichtlichen Fakten beruhend. Und man sieht, gerade wenn ihr jetzt meine Lesung auch folgt über von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, das ich ja in Deutsch für euch vorlese und bespreche, seht ihr ja, wie Rom seinen Ursprung in Babylon hat und wie das alles im Grunde zusammenläuft und eben im Grunde faschistisch ist, zumindest Rom in dem Fall. Aber gut, wir schließen das erste Kapitel ab und gehen nochmal ein wenig in das zweite Kapitel rein. Das heißt Missionary Adaption. Anstatt Missionary Adaption zu übersetzen, werde ich jetzt mal erklären, was Missionary Adaption heißt. Ein gewissenloser Umgang mit der Wahrheit und der Heiligen Schrift mit dem Ziel, jeden Menschen dazu zu bringen, sich dem Papst zu unterwerfen, ist eine Methode, die den Namen Missionary Adaption trägt. Nur wenige scheinen sich dessen bewusst zu sein, dass die römisch-katholische Kirche in Amerika offiziell als Staat anerkannt wird. Wie es dazu kam, ist überaus spannend zu lesen. Und aus diesem Grund, oder auch aus diesem Grund, solltet ihr das Buch, das es leider nicht in Deutsch gibt, unbedingt lesen, oder zumindest meine Lesung hier verfolgen. Bekommt ihr auch einen Eindruck davon. Tapasansi fährt fort im zweiten Kapitel, Missionary Adaption, die apostolische Nunziatur, das ist die Botschaft des Vatikan, in der Massachusetts Avenue Northwest mit der Hausnummer 3339. Interessant. Hier spielt Rom auch in der Kabbalistik mit, die Zahlenlehre. 3339. 3 mal 3 ist 9. Plus 9 ist 18. 1 und 8 ist 9. Und 18 ist auch 3 mal 6. Also die Hausnummer 3339 kann hergeleitet werden als 666. Das Zeichen des Tieres. Offenbarung 13. Wieder einmal. Also die apostolische Nunziatur ermöglicht dem Pontifex Maximus der offizielle Titel des Papstes, der aus dem Persischen Reich übergenommen wurde, über das Griechische Reich, einen Titel, den sich dann die Cäsaren, oder besser gesagt Julius Cäsar, 48 vor Christus, erstmals einverleibt hatten, ermöglicht diesem Pontifex Maximus, der heute noch in der Person des Papstes aktiv ist, die staatlichen Tätigkeiten der amerikanischen Regierung zu überwachen, die durch die katholischen Regierungsmitglieder umgesetzt werden. Eben diese katholischen Regierungsmitglieder, über die wir am Anfang des Kapitels hier gesprochen haben. Als der römische Kaiser Konstantin der Große und sein Senat das Christentum formal als offizielle Religion des Reiches akzeptierten, also des römischen Reiches damals, war es mehr ein Akt der Verschmelzung oder auch der feindlichen Übernahme als eine Revolution. Angebetete Bildnisse des Apollo wurden nun als Jesus bezeichnet und die Kreuze des Barros und Tammus wurden als offizielle Symbole der Kreuzigung anerkannt. Papst Leo I. erließ ein Dekret, dass der heilige Petrus und der heilige Paulus Romulus und Remus als Schutzpatron Roms ersetzt haben. Mit anderen Worten Romulus und Remus wurden ersetzt durch den sogenannten heiligen Petrus und den sogenannten heiligen Paulus. Nicht, dass ich bezweifle, dass es heilige waren, aber es waren heilige, weil sie gelebt haben und nicht, weil die römisch-katholische Kirche ihnen später den heiligen Status verliehen hat, weil Rom betet grundsätzlich nur tote Heilige an. Lebenden, weil Gott ist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Aber die römisch-katholische Kirche ist das Gegenteil der biblischen Lehre. Und von daher Totenkult kommen wir auch später nochmal zu. Ich werde jetzt noch Kapitel 3 mit euch besprechen und dann werde ich dieses erste Video danach abschließen. Es gibt ja noch insgesamt 25 Kapitel. Also wenn ihr wollt, setze ich eure Kommentare in der Kommentarsektion dieses Videos berichten, ob ihr das auch gerne hören wollt oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich sowieso machen, dann liegt es an euch, ob ihr es anschaut oder nicht, aber ich glaube schon, dass das alles ziemlich wichtig ist. Nun jedenfalls Kapitel 3 in dem Buch von Rules of Evil oder Herrscher des Bösen heißt Marginalizing the Bible, also das Marginalisieren der Bibel oder des Wort Gottes. Jede geregelte Gesellschaft hat eine Art heiliger Schrift. Die heiligen Schriften Roms zu Zeiten Cäsars waren die Prophezeiungen und rituellen Vorschriften, die in den zehn sibyllinischen Büchern und in Vergils Aenis niedergeschrieben sind. Vergils Aenis gibt es als Hörbuch auf YouTube, habe ich glaube ich auch schon mal in meinen von Babylon nach Rom Videos erwähnt, leider nur auf Englisch und wer mehr über die heidnische Geschichte Roms erfahren möchte, sollte sich diese zehn Stunden lange Lektüre sicherlich anhören. Aus dem Aenid ist abgeleitet worden, dass es die Pflicht hört gut zu, dass es die Pflicht eines jeden Römers war, also eines jeden Untertanen des Römischen Reiches, seine Individualität nach dem Vorbild des Helden Aenis zu opfern und zwar für die Ehre Roms und den Pontifex Maximus. Und warum ist dieser Teil so wichtig? Weil wir in unserer heutigen Zeit alle in allen Staaten eine Armee unterhalten, die gespickt ist mit sogenannten Patrioten, die bereit sind, ihr Leben zu opfern für die Ehre ihres Landes, für das sie kämpfen. Da das Land aber nicht von Menschen regiert wird, die sich einen Dreck kümmern um das Land selber, sondern die dem Papst von Rom hörig sind, sind also gleichzeitig alle Armeen dieser Welt und alle Patrioten, die da drin sind, alle Soldaten, die da drin sind, nichts weiter, als diese römischen Bürger, die ihr Leben opfern sollen, so wie es hier bei Aenas passiert ist, dass jeder Römer seine Individualität nach dem Vorbild des Helden Aenas zu opfern, für die Ehre Roms und den Pontifex Maximus, den Papst. Und jetzt fahren wir weiter, jetzt geht's über die Marginalisierung der Bibel. Und so unterdrückte die monarchisch geleitete römisch-katholische Kirche gewaltsam das vernunftgeleitete Lesen der Bibel. Deshalb wird das Zeitalter zwischen Konstantin und Guttenberg als das dunkle Zeitalter bezeichnet. Die Menschen hatten keinen Zugang zu dem Wort Gottes und mussten das glauben, was ihnen der Priester von der Kanzel darüber erzählte. Bibeln gab es nur in Latein, das eine tote Sprache ist, die den normalen Menschen nicht verstanden. Und es war verboten, eine Bibel überhaupt nur zu besitzen. Auch die Messe wurde in Latein gehalten und so wurden die Menschen ignorant über das Wort Gottes gehalten. Papst Gregor IX bezeichnete unautorisiertes Bibelstudium als Ketzerei. Er erließ außerdem ein Dekret, aus dem hervorging, dass es die Pflicht eines jeden Katholiken ist, Ketzer zu verfolgen. Um die Verfolgung zu organisieren, führte Papst Gregor IX die pontifikale Inquisition ein. Die Inquisition behandelte bereits die geringste Abweichung vom gemeinschaftlichen Leben als Beweis für die direkte Verbindung mit der Bibel oder mit Satan. Und genau so ist es auch in der heutigen Zeit, in der Bibelfundamentalisten als Terroristen bezeichnet werden. Und das ist nicht nur, was ich mal eben so was sage. Es gibt ein Video von der Georgetown Universität, in der dies deutlich gesagt wird. Ich plane schon länger darüber ein Video zu machen, wahrscheinlich wohl in Englisch, um diesen Umstand bekannter zu machen. Aber ihr könnt das gerne googlen in Englisch und es gibt ganz deutlich die Aussagen darüber, dass religiöse Fundamentalisten und da sprechen wir nicht eben nur von Islamisten, sondern da sprechen wir auch von bibeltreuen Christen, dass die offiziell Nun fährt der Auto fort. Die Prozesse wurden willkürlich und im Geheimen abgehalten, also diese Inquisitionsprozesse. Die dafür zuständigen Tribunale wurden von Inquisitoren, deren Mitarbeitern und Zeugen abgehalten, wobei diese alle unter Kapuzen verborgen waren, dass sie eben nicht erkannt wurden. Den Angeklagten wurden die Anschuldigungen, die ihnen zur Last gelegt wurden, niemals vorgelesen und sie durften auch nicht nachfragen. Keine entlastenden Zeugen waren zugelassen. Die Angeklagten hatten nur eine Option, sich schuldig bekennen und sterben. Das ist eine Errungenschaft des Protestantismus, dass das Justizsystem, wie wir es heute haben sollten, im Idealfalle, eben dazu gebraucht wird, dass jedem seine Anklage vorgelesen wird, dass jeder weiß, wessen er sich bekennen muss, welches Verbrechen er sich bekennen muss, also welche Anschuldigungen ihnen zur Last gelegt wurden. Damals wurden diese niemals vorgelesen und sie durften auch nicht nachfragen. Entlastungszeugen gab es auch nicht. Die Angeklagten hatten nur die Option, sich schuldig zu bekennen und zu sterben. Verteidigung war nicht vorgesehen. Und jetzt erinnert euch doch mal an die ganzen Sachen, was passiert ist seit 2001, seit dem 9. September in der Zeit, mit dem Patriot Act und dem National Defense and Authorization Act in Amerika, wo ja auch der Habios Corpus, also die Unverletzlichkeit des Körpers abgeschafft wurde. Und in Amerika ist heute ganz offizielles Rechtes, dass man irgendwelche Leute von der Straße picken kann und sie irgendwo in irgendwelche dunklen Verliese stecken kann. Das bekannteste ist natürlich für euch wahrscheinlich Guantanamo Bay und die Leute da gefangen halten kann, sie foltern kann und ihnen den Prozess machen, ohne ihnen zu sagen, weshalb ihnen der Prozess gemacht wird. Die Inquisition, fährt der Autor fort, war das effektivste Mittel gegen den einsamen Wahrheitssuchenden in einer ignoranten Gesellschaft. Als die Bildung in den Gemeinden stieg, wurde die Inquisition raffinierter. Erst die Zitat Epidemie des Bibellesens Ende Zitat ließ die Bildung in den Gemeinden steigen. Diese wiederum war erst durch die Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Guttenberg möglich geworden, der bewegliche Metalllettern nutzte. Und wer kennt heute noch die Aktivitäten der Inquisition? Unter anderem die zwei Weltkriege des letzten Jahrhunderts und auch die anschließenden Kriege, sicher der Vietnamkrieg, sind die moderne Inquisition. Das ist also nicht Tapasorci, das bin ich, der euch das erzählt. Über den Vietnamkrieg gibt es ein vortreffliches Buch von Avro Manhattan mit dem Titel Vietnam, Why did we go? Also Vietnam, warum sind wir gegangen? Indem das deutlich gemacht wird. Ich will nur eben darauf hinweisen, dass der Autor dieses Buches, Avro Manhattan, ein Malteserritter war. Aber der hat sehr, 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 sehr viele interessante Bücher geschrieben, wie zum Beispiel auch The Vatican Billions, also die Milliarden des Vatikan und über die Verbindung zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und dem Vatikan und so weiter und so weiter. Könnt ihr ja mal googeln, viele, viele gute Werke hat er geschrieben. Auch oder obwohl er einmal Tese-Ritter war. Auch die kommen eben manchmal mit der Wahrheit raus. Wie, weiteres Beispiel, Francis Rooney, das auch tat in dem Buch The Global Vatican, das Tom Fress letztes Jahr auf First Amendment Radio gelesen hat. Auch die russische Revolution, die den Kommunismus auf großer Skala in der Welt introduzierte, war eine inquisitorische Maßnahme, um den Atheismus in Russland einzuführen und den orthodoxen Glauben auszulöschen. Ihr wisst, die orthodoxische Kirche hatte sich vom Vatikan in 1054 losgesagt und war seither natürlich dem Pontifex Maximus ein Dorn im Auge. Die Jesuiten hatten Erfahrung mit dem Kommunismus durch die Reduktionen von Paraguay, die sie im 17. und 18. Jahrhundert dort einführten. Ich werde hier in der Beschreibungsbox des Videos einen Link einführen, über den englischsprachigen Link. Ich habe es glaube ich nicht in Deutsch gefunden, müsst ihr mal nachschauen. Ne, gibt es nicht in Deutsch. Das heißt colonialvoyage.com Jesuit Missions South America, also wo es um die Reduktion von Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert ging. Und natürlich mutte ich darüber hinaus jeden an, seine eigene Nachforschung auf diesem sowie auch auf anderen Gebieten einzustellen. Die spanische Inquisition wurde übrigens erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nach dem Tode des spanischen faschistischen Diktators Franco eingestellt. Auch nennt sich die Inquisition heute anders, nämlich heute heißt es die Kongregation für die Glaubenslehre. Bevor Josef Aloisius Ratzinger zum Papst Benedikt XVI gewählt wurde, leitete er der tolle deutsche Papst diese Abteilung der Kongregation für die Glaubenslehre, die Inquisition im Vatikan. So, damit habe ich jetzt die ersten drei Kapitel mal ein bisschen zusammengefasst von Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen von F. Tapasorsi. Hoffe, ich habe euch ein bisschen mehr Geschmack gemacht auf weitere Lesungen. Lasst mich das mal wissen, was ihr davon findet und ob ihr davon gelernt habt. Und wie gesagt, jeder, der des Englischen mächtig ist, den mutige ich an, die Lesungen von mir zu folgen oder wenn nicht, zumindest das Buch zu lesen und ich weise auch gerne darauf hin, dass die Videos der gesamten Buchlesung von Rulers of Evil, die ich gemacht habe, vollständig Copyright frei sind und ich jeden ermutige, um diese Videos auch auf seinem Kanal hochzuladen, um eine weitmögliche Verteilung dieser Kenntnis, die ich da mit euch geteilt habe und dieses Buch uns gibt, so zu verteilen, dass viele andere Leute es auch kennenlernen können. Wie gesagt, das Buch Rulers of Evil gibt es nicht in Deutsch, aber dank dem Bruder Andreas, der mir hier die Übersetzung gemacht hat, bin ich zumindest in der Lage, die ganzen Kapitel auszugsartig euch auch mal in Deutsch vorzustellen und ich hoffe, dass ihr da was von lernt, dass es euch interessiert und dass wir in einer weiteren Sitzung darüber sprechen können und wie gesagt, dass ihr da was von lernt und dass ihr das Gelernte auch verbreitet. Es gibt nur eine Wahrheit ist leider etwas, was man sehr sehr schwer findet und dieses Buch hat dazu beigetragen, diese eine Wahrheit, die wirklichen Lehren des Wort Gottes und wie diese ganze unrechtmäßigen Regierungen, die wir auf der Welt kennen, wo sie herkommen, zu beschreiben. Hauptsächlich auf Basis von den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wie ich bereits am Anfang gesagt habe, der Kardinal hat ja 1903 gesagt, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt regieren, dann regiert die römisch-katholische Kirche die Welt. Wie das genau noch zusammenhängt, können wir auch gerne mal ein anderes Mal drüber sprechen, aber ich glaube, es gibt wenige Leute, die heutzutage bezweifeln, dass das amerikanische Imperium sicher mit seiner Militärmacht doch so ziemlich das ist, was für eine Weltregierung haben. Und wenn die halt die Welt regieren, dann regiert der Vatikan das hat Luther schon gesagt, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte aller Reformatoren, der Menschen, die im späten Mittelalter um 1500 herum dafür gesorgt haben, dass das unverfälschte Wort Gottes jedem Erdbürger zugänglich ist, heutzutage über die King James Version von 1611. Also, ich möchte jeden dazu ermutigen, seine eigenen Nachforschungen anzustellen und sicher die von mir genannten Bücher, die Bibel, Romanism and the Reformation und auch Rulers of Evil mal zu lesen. Ich hoffe, diese erste Einleitung in das Buch Der Herrscher des Bösen hat euch Spaß gemacht und wir werden dann sehen in weiteren Lesungen, inwieweit das seine Verbreitung findet. Bis dahin, heute melde ich mich jetzt ab, Jogler 66, Hour of the Truth heißt mein Kanal von Jörg und bis zum nächsten Mal Gott schütze euch und behalte euch in seinem Glauben stärke euch in seinem Glauben das ist vor allen Dingen wichtig bis zum nächsten Mal Gott schütze euch Tschüss Tschüss schütze schütze